willkommen zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal und heute die partie niederlande gegen österreich weiß jetzt gar nicht österreich hat 31 verloren gegen nordmazedonien ist gewonnen gegen nordmazedonien und niederlande hat gewonnen gegen die ukraine 32 ja somit haben hier beide drei punkte da bin ich mal gespannt hier jawohl nächste österreicher so kommen gleich noch die aufstellung hier von ja von der niederlande zu listen blind der frei geliebt und dampfries classen de jong und in aldo die bei de jong und bergweiss oder bergweiss und dann geht es auch gleich weiter mit der aufstellung der österreicher also ich denke mal dass hier die niederländer gewinnen werden soll hier aber die österreichische aufstellung schlager ulmar dragovic hinterecker leiner zanker grillig sapice alaba baumgartner und kala ja erste halbzeit hier mit der niederlande mit der niederlande und los geht's so mein typ wäre ein boah was soll ich sagen 21 das war kacke das war kacke was für ein start hier in der dritten minute oder vierten niederlande zum 1 zu 0 hier und weiter geht's 2 0 hier fehlt die niederlande sehr schön gemacht hier alle jongen hier mit dem 20 ja soll ich das sagen luke de jongen für eine abwehrarbeit hier und abstoß aber hier noch nicht so fieses sehen und abstoß ok 221 hier für die österreicher also das 221 für die österreicher so das habe ich nicht gut verteidigt hier so wird es noch mal spannend was als ob als ob halbzeit wir sehen uns nach der halbzeit so zweiter halbzeit jetzt mit österreich spiel wieder ganz offen mit dem 22 da kommt keiner zu hilfe das 32 für österreich aber ich glaube nicht dass es so ausgehen wird ich glaube schon dass die niederländer gewinnen werden ich glaube nicht Vielen Dank. Also, was war denn das für ein Tor? Oh, Mann. Okay. Fun the Bake hat das gemacht, okay. Oh, das war kein guter Pass. Kein guter Pass. Ui, 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 ui. Reinaldo, beinahe hier zum... Ohne noch wenige Sekunden hier, auf der Uhr. Ohne noch wenige Sekunden. Und da spielt es aus. Das Orakel hier geht 3 zu 3 aus. Ich denke, dass die Niederländer gewinnen werden. Ja. Spannendes Spiel gewesen hier. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.